Und die Kinder als Nachfolger muss sein, da gibt es keine Diskussion, weil ich sage, bevor ich einem Fremden den Laden gebe und sage, Manager muss ich einstellen, meine Kinder können es nicht, dann sage ich ganz offen, wenn meine Kinder an meinem Grabe stehen würden und sagen würden, Papa, du hast uns nichts zugetraut, du hast Testamentvorsteiger, Vollmachtnehmer, Manager, alles Mögliche eingestellt, jetzt haben die alles niedergemacht, dann würde ich mich erheben und sagen, was für ein Rabenvater war ich, den eigenen Kindern nichts zuzutrauen, den Fremden aber alles. Wenn sie aber an meinem Grabe stehen würden und sagen, Papa, du hast uns alles zugetraut, jetzt haben wir leider alles niedergemacht, dann würde ich mich erheben und sagen, stolz bin ich, dass ihr es wart, meine Kinder und nicht die Manager.